Wenn Sie herausragende Köpfe suchen, ob in der Unternehmensberatung, in der Zeitarbeit oder in der Projektbeteiligung, dann sind Sie bei uns genau richtig. ABC Unternehmensgruppe. Remscheider Comedy Fieber der Le Rose Stiftung. Wir sind im Theo-Otto-Theater und wir freuen uns alle wieder auf Comedy Festival. Richtig viel Spaß heute Abend. Tanja Mönickhoff von der Le Rose Stiftung bei uns und auch eines der Künstler, Sascha Tamm. Tanja, wenn ich mit dir anfangen darf, es war wieder viel Arbeit für euch, aber jetzt kann man sich freuen. Jetzt kannst du gleich anfangen. Wir haben ein volles Haus, sind restlos ausverkauft. Viel Arbeit ist wieder hinter uns, aber wir sind total glücklich, weil es wird ein lustiger Abend werden. Genau, darum geht es ja. Lustiger Abend, aber man will ja auch ein bisschen Geld zusammenbekommen für den guten Zweck. Und das kriegt man ja dann, wenn man ein volles Haus hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist für die Le Rose Stiftung immer ein ganz, ganz toller Gewinn. Sascha Tamm, heute Heimspiel in Remscheid. Als Remscheider volles Haus. Ist das eher Druck oder freut man sich eher drauf? Ich freue mich da total drauf. Also das ist die Menge der Menschen, ist jetzt nichts, was mich irgendwie jetzt nervöser macht, als wenn da jetzt 100 sitzen würden. Und ich freue mich da total drauf. Geht man das dann anders an eigentlich? Ja, doch so ein bisschen. Also ich muss ja gestehen, ich stehe ja eigentlich mehrfach die Woche auf der Bühne. Aber so vor heute habe ich mir doch mehr Gedanken noch gemacht als sonst. Was bedeutet das? Was heißt das? Ja, ich bin in Remscheid ja schon relativ oft aufgetreten und deswegen weiß ich ja auch gar nicht so, welche Leute mich erwarten und was kommt. Und ich habe jetzt sowas zusammengestellt, echt so eine Art Best-of, wo ich selber auch richtig Lust drauf habe. Und es geht ja heute um Comedy. Siehst du dich als Teil von Comedy oder siehst du dich eher so vom seriöseren Fach eigentlich? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also das hat sich bei mir auch so verschoben, dass ich auch inzwischen fast nur noch in Comedy-Formaten auftrete. Ab und zu bei Poetry Slams, aber hauptsächlich so Comedy-Mixed-Shows und solche Dinge. Genau, aus Poetry Slams kenne ich dich ja. Das ist ja dann immer auch was ganz, ganz Interessantes, ganz, ganz Witziges dann auch. Also heißt das, gibt es auch eine gewisse Interaktion dann auch mit dem Publikum heute Abend hier? Nee, eigentlich nicht. Also ich mache schon mein Ding. Also ich suche jetzt nicht irgendwie das Gespräch mit denen. Aber was ich habe, ist, dass ich jetzt nicht nur an den Texten klebe, sondern dass ich dazwischen dann halt so freie Sachen halt auch erzähle und sowas. Genau, und wenn man sieht, das Line-Up mit Sebastian, also mit Bastian, mit Benaissa und auch mit Tamika Campbell und dann auch mit Sascha, da kann man auch stolz drüber sein. Sind wir, definitiv. Wir sind jedes Jahr stolz, wer wirklich hier hinkommt und den Abend mit uns und für uns gestaltet. Bin ich stolz oder wir alle sind stolz auch auf das ganze Team, das uns da drumherum unterstützt. Und wie wichtig war es, dass man wieder ein Remscheider dabei ist unter den Künstlern? Ich meine, war das eher Zufall oder war das eher so geplant und gesagt, oh, das ist ein Guter, den wollen wir haben. Gut, es ist ein zusätzliches Bonus, dass er noch aus Remscheid kommt. Ja, das passt dann einfach wunderbar zusammen. Also wir haben ja mit unserem Joachim Althoff da einen super Partner, der da sehr, sehr gut in den Geschichten auch drinsteckt und sich auskennt und auch gerade so in der Branche. Und der hat ja die guten Kontakte und wenn dann noch zusätzlich jemand halt aus Remscheid kommt, ist das natürlich nochmal ein doppeltes Glücksspiel, ja. Und wie ist das, wenn man, es ist ja ein bisschen eine andere Veranstaltung, Remscheider Comedy-Fieber, du hast auch schon gesagt, das ist ein größerer Saal, andere Leute wahrscheinlich. Ein ganz interessanter Mix an Leuten wahrscheinlich auch, die dann zugucken. Ja, Heimspiel, oder? Ja, hoffe ich. Ich gucke der Sache ganz entspannt entgegen. Also ich glaube, wir werden viel Spaß zusammen haben. Das hört sich doch gut an, oder? Auf jeden Fall, wir freuen uns. Genau, danke euch beiden für dieses Gespräch. Aber noch als letztes, der Termin für nächstes Jahr steht schon. Hast du den im Kopf? 14. April 2018. Wir freuen uns riesig. Genau, und ab November wahrscheinlich nach der PK, wie jedes Jahr. Zu Weihnachten. Zu Weihnachten, genau. Da können sich die Leute dann wieder die Karten sichern, denn es ist ja wieder ausverkauft. Davon gehe ich aus. Danke euch beiden für dieses Gespräch. Also, Remscheider Comedy-Fieber für die Lerose-Stiftung. Ein guter Zweck, aber man kann auch lachen und diese Kombination macht es wunderschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.